Ein Smart ist hier zum Verkauf angeboten. Zwei Personen haben in dem wendigen blauen Dreitürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 6000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Panoramadach, elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Tagfahrlicht und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 71 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,1 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017